Ich muss sagen, den haben sie ja ganz gut gemacht, den Sound. Tiger ja auch, den Motor. Ja, wir sind schützt jetzt so. So, ich habe es geschafft, eine zu stellen, aber allerdings nicht unheiß. Also, wenn ich das verstanden habe, müssen wir da aber den Fluss drüber. Du kannst jetzt hier die Strahle erst mal geradeaus. Ja, wir müssen auf die Hauptstraße, oder? Ja, und da vorne mit dem Marker kannst du rechts fahren und komm komplett bis an die Brücke. Ja, mein ich ja. Ja, ich habe schon wieder so komische Lags. Ja, das ist die siehsteste. Ja, das ist die Map. Ich dachte, die werden jetzt performen. Also, die haben wir mit dem Hetzschluss hingeschrieben, der wir machen können. Und die darf Blitz halten? Ja. Schreiben Sie. Versuchen Sie, ne? Ja, das war auch alles. Ja, aber es ist doch manchmal, manchmal haben die auch einen schlechten Server. Oder damit gedorscht oder oder oder. Ich denke, ich denke mal erst in unserem Spiel. Ja, ich auch. Ich verspreche oft viele Sachen, die ich halt halte. Zum Beispiel ein XP-Bug. Dass der gefixed sein soll. Dass der gefixed sein soll. Dass der in der Zettel ist oder so. Boah, die Warteschlange. Wenn du Tab drückst und dann auf mein Name fällt. Ja, was macht er denn? Oh, das haben sie rausgenommen. Hat jemand von euch mit Postscriptum Erfahrung? Ja. Was bevorzugst du? Ich mag beide leider. Okay. Okay. Dann alles davon nachdenken. Was ich hier bei der Loser meistens habe, ist die Logistik. Bei dem hätten wir in der Logistik gescheitert. Du kommst nie wieder drüber. Okay. Also hier ist ein Tiger ein Tiger. Bei Postscriptum macht den Stewarden glatt. Echt? Also hier der Panther wird mitgeschossen vom Stewarden. Krass. Wenn er sich bildet anstellen, ja. Ja, aber das geht ja hier auch, oder? Tiefbildangriff geht bei vor Ort rein. Achtung. Ja, das führt dann doch auch AB-Munition. Ja, hier weiß es ehrlich gesagt nicht. Kann mich doch nicht ausprobieren. Oh, es gibt Wasser halt schön hier noch. Logistik. Oh, es gibt Wasser. Das geht weiter. Ohi, oi, oi. Ach, ord. Fast Luftgeroll. kulland associated. Steward, pull! Der Sherman auf dem Kind-Marker ist down. Was ist die Sieg passiert? Okay, wir halten jetzt Bridge, wir haben den Außenposten ganz schön zerstört. Okay. 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 Das ist doch Infanterie vor uns? An dem belgischen Zaun? Ich kann nichts erkennen. ja ist was hier gerade krasser äh Lux du hast glaube ich Infanterie am Arsch ja das kann gut sein okay ich schick dir mal Nordosten Supplies kannst du da eine Garni setzen ich glaube die haben auch die Straße schon wieder vermied ja cool ersten Teller die sind doch an ne da ja er ist weg ja die hat hier das Kampen schon die Straße ab aber langsam vor die sinkt das bei euch auch so? jo jo ja ja die Picks rasten aus gerade ich hab bei 150er ja das ist aber schmackig für sie ja vielleicht ist wieder so ein Hypinger drauf das ist ja den ganzen Server im Prinzip ne ich weiß nicht das Wagen lässt dann auch schon den ganzen Tag so oder so das ist normal das ist normal so ja auf der Map auf jeden Fall also mir kommt vor es ist nur diese Map die ein bisschen rumzickt auf den anderen habe ich überhaupt keine Lags bei den Tankfahrten Leute guckt's auch mal ein bisschen mit der Arti dass ihr nicht auf eigene schießt halt mal gestehen bleiben Marker Infanterie Dings du bist wahrscheinlich ein bisschen zurück oder vor oder so und da ist gerade der Busch ja ein bisschen zurück das war drüber das war drüber oh mein Gott frei war grad halt Angriffs-Garnison bei vorwärts steht ganz durchfahren hinter hinter zurückfahren? ne ne warte der kann noch drücken aber hinter dem Busch sind vor allem Infanterie die müssen auch im Westen irgendwo eine Garnison haben wir spawnen da wir verlieren gleich die Garni nördlich der Garni in den Compounds Achtung eigentlich würde ich hier gerne lieber Panzer jagen als die Infanterie einzelne sollen sich eigentlich den Lux drum kümmern ah da hinten da ist Stoffel dran im Weg ja dann lassen wir sie vorbauen ja komm lass weiter hat keinen Wert ja komm lass weiter hat keinen Wert das ist so drüber dass sie sich schon geändert haben aber irgendwie wird es nicht besser ja 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 jetzt haben wir grad heftige Lacks ja ja na ich auch schießt doch das Haus rechts von uns ja das war der Licksmann ne ich bin der Panzer kommt die Hauptstraße runter Verstanden. Panzer kommt die Hauptstraße runter. Ist der AP drin? Liniert jetzt. AP bereit. Okay, dann lass langsam vor. Schirm schon schießen. Ist das Artit hier auf... Mit Rauch schießt hier? Ja, das ist uns da. Sollen wir das einstellen? Okay. Ich glaube ja, weil wir jetzt relativ nah dran sind, denke ich. Ja, ja, vor allem haben wir die Predigtion, dass es dann wird sein. Ja, danke. Noch sehe ich nichts. Wenn ihr wieder braucht, dann schalten wir. Wir melden uns bei euch, danke. Alles klar. Sind wir drehen? Sie haben anscheinend keine Spawnmöglichkeiten mehr bei Forward. Vermehrt aus Norden und Westen. Tigerfrack ist da vorne. Ob sie nicht. Oh, der ist... Kannst du ihn langsam vor? Ich höre ihn schießen. Der muss vorne sein. Ist der Aufklärer da nicht in seiner Nähe? Ist der Panzer-Marker noch aktuell hier, oder? Stopp, der liegt in der Milo draußen. Ja, gut gesehen. Der ist, glaube ich, momentan aus Westen her. Nordwesten. Da gibt es leider keinen Marker für. Ach, der fliegt. Ja, der macht uns den Granaten. Ich meine Rauch. Wir kriegen hier einen Panzer rein. Nein, Achtung, der kommt rein. Hinter uns ist der Luchs. Hinter uns ist der Luchs. Oh. Ja, dann durch da, oder was? Ähm, kurz warten, oder? Ja. Ja, Nordwesten aufhanden. Vorwärts, oder? Vorwärts? Jawoll. Nordwesten aufhanden. Wie ist denn? New Butterblatt gegen. Ja, Alter. Ja, Alter. Jetzt sind es gerade wieder. Invergüren. Auf der Straße vor uns auch. Auf der Straße vor uns auch. Auf der Straße vor uns auch. Ja. Lassen wir doch den Fluchs vorfahren. Dann fährt dir nichts aus. Dann fahr bis hier auf die Seite. Dann fahr rechts hier an die Seite. Dann lassen wir ihn vor. Gegen, ganz einfach versuchen. Da hoch, weil er scheint sie ehrlich zu haben, zu platzen. Sind für Sie. Gegen, ich schicke gleich Supplies. Mehr auf der Haut. Ja. Dann ist das jetzt ein bisschen weg. Geht man durch die 100 Punkte, dann fahren wir weiter. Etwa. Guck mal, rechts. Kings the Pleißel. Auf dem Weg zu dir. Hier rechts wird ins Feld. Ah, diese ATler. Guck mal hier, guck mal hier. Ja, ich bin hier drin, ich bin hier drin. Können wir uns mal kurz einmal 180 kapieren, dann müssen wir uns durch das Problem bekämpfen Oh Gott Es ist bekannt, dass kein anderes Gani mehr da ist Ja, ist bekannt Vielleicht schafft King da noch Ersatz zu sitzen Surprising jetzt krieg ich da Guck mal, ob ich den gegenwachter sehe Ja, immer noch besser als gar nichts, dann können die Jungs wenigstens noch ein paar Außenposten sitzen Er ist für das Geschütz Mike, bei deinem Aus... Könntest du einfach langsam rückwärts? Gute Beschuss Ja, da ist er, der ist Beschusser Süden, oder wo kommt der her? Helfen wir ein bisschen bei Forward Brindery Richtung Rasten quasi Die Brücke wird gecappt Ah, wird schon wieder zurückgecappt Denk bitte auch an die Verteidigung von Dove Bridge, wie sieht's da aus aktuell? Kannst du noch einmal hier bei den Bücken? Bommel, was ist mit euch? Könnt ihr vielleicht ein bisschen bei Forward drunter drücken mit eurem Panzer? Jawoll Verteidigung steht erstmal so Wir sollen Forward bisschen mithelfen Druck machen Äh, Druck machen Richtung Off Auf Surfmacker ist Gegner gemeldet Aber da müssen wir mit den Kippen fahren zum Hufmacker, wenn's geht Oh, wir haben keinen Infantrieb mehr hier Alles Jese Einmal gezahlt, bitte Bist du nach rechts, oder du? Bist du nach rechts, oder du? Ja, das war schon. Auf der Hauptstraße wird sich hier ein Panzer mit mir gerade durchführen. Oh, da kommt auf der Hauptstraße wieder ein Panzer. Wir müssen uns so stellen, dass er mit uns um den Rücken schießen kann. Und dass die Gegner Infanterie uns nicht wegholen. Haben wir Sicht auf die Straße? Ja. Ja. Hinter uns ist der Baum, fährst du noch ein Stück zurück. Einfach zurückfahren, dann haben wir den Baum als hintere Deckung ein bisschen. Schmackhoffenes Feld rechts ohne uns wieder Infanterie. Dann lass erstmal die Gutschdruck machen. Ähm, wo rechts? Du kannst dann den Punkt, äh, du kannst dann auch mit HE reinladen, das ist der Punkt, die Häuser da anscheinend. Easy, äh, Lieferung ist zu euch unterwegs. Easy, äh, Lieferung ist zu euch unterwegs. Hals Rinder, ich weiß nicht, ob wir sie auf der Straße aufhören. Sieh, sieh, gar, gar keiner. Sieh, sieh, gar, gar keiner. Wir cappen ja auch. Da ist er doch. Schieß! Äh, äh, ein Schießbaum! Welcher von dem Marker hat er gemacht? Äh, Chef, welche, äh, Brani kann ich hier nicht errichten, ist zu weit, äh, zu nah noch dran. Spawn, okay. Wir ziehen weiter. Klar, es gibt einen guten Marker AMH immer. Sehr schön. Wenn du so viele Marker machst, die so weit so weiter sind, weiß ich nicht wohin. Da ist wieder einer. Die sind alle da hinten in den Büschel, da kannst du mal Haare machen. Gehen wir nochmal bei der Straße. Ja, habt ihr den Feindpanzer noch in Sicht? Oh, die werden zwar von der anderen Seite. Du in den Windpanzer. Also. Oh, was ist das denn? Das ist, was die Garni steht. Jetzt weißt du? Der riefgeist auch mal. Der riefgeist auch. Der riefgeist auch mal. Der riefgeist auch mal. Die schießt auch mal. Der riefgeist auch mal. sehr gut sieht es so aus mit dem feindwasser habe ich keine Antwort bekommen auf 292 tschüss ach das ATler von rechts das ist geblinkt weiter rechts ist so weit hängen mal hängen mal da hinten ist er doch langsam zurück hängen schießen es ab ja das sind mehrere ATlers glaube ich ja der andere war von links haben gehört hängen